Wenn ich jetzt schaffe. Hi, ich bin Paula und ich bin neu hier auf YouTube. Nein, Spaß. Ich habe schon mal YouTube gemacht, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht mehr. Aber ich habe jetzt alle meine Videos offline gestellt, weil ich sie ein bisschen cringe fand und ich fühle sie auch nicht mehr. Und ich dachte mir, was wäre ein perfekterer Start, mit YouTube anzufangen? Es ist ein Coldplay Stadion Konzert mit Kim Victoria. Banger, Leute. Ich sage es euch. Herzlich willkommen zu meinem Vlog. Oh Gott, ich freue mich so, dass ich wieder anfange. By the way, der Vlog hat wieder auch super angefangen. Eigentlich drehe ich immer mit meiner GoPro. Ist leer. Und deshalb wird es ein iPhone Vlog. Super direkt professionell reingestartet. Wir haben jetzt unser Sushi bekommen. Kim Victoria ist auch mal angekommen. Hi, oh mein Gott. Ich bin jetzt hier vor dem Olympiastadion angekommen. Durchschnittsalter würde ich sagen 48. Auch mal ein bisschen Kultur erleben, Leute. Kamer. Hier gibt es jetzt die Armbänder. Danke. Wie sieht meine Apple Watch komisch aus, die ich von AliExpress habe. Wir fragen uns halt, ob die dann so zeitlich getimt sind oder dann... Ja, same. Program 6, now we need the blue light. Man denkt, wir haben die billigste Box auf Amazon gekauft, die es gab. APA Flipper. Ich bin so... Meine Ohren, ey, meine Ohren. Wir haben gerade erfahren, dass uns diese Armbänder halt wieder weggenommen werden. Ich sage mal, wo du es hinsteckst. In den Schritt. Da wird nämlich niemand reinfassen. So nämlich. Bitte gönnt euch diesen Glitzer. Make-up by Mario. Hier, ich zeig's euch. Einfach hör. Du musst doch mal schreiben. Einfach hör. Das Ding ist, ich kenne diese Lieder, aber ich erkenne gerade nichts. Wir sind hier im Stadion, Leute. Und wir tun hier. Ich habe nochmals viele gefühlt sein, dass man alles so kampf kann. Er ist gerade schon gegangen, aber er kommt noch einmal zurück! Er kommt noch einmal hin! Warte, wenn ich ihn jetzt rufe und dachte, er kommt, dann komm doch mal. Komm mal! Komm noch mal! Wir sind zurück! Guck mal, wie die ganzen Armeisen da hinlaufen! Musik Versteht eigentlich jemand, dass wir uns gerade 22 Euro zurückgeholt haben? Ja, wenn die Leute ihre Becher da lassen. Wir lassen uns nicht lumpen. Jetzt wird die Station schon kommen. Ihr seid langweilig. Wir sitzen jetzt hier noch an einem Spähtee. Prost! Ich wollte euch noch mal sagen, geht zu einem Coldplay-Konzert oder stirbt mit einer leeren Fläche im Herzen. Weil ihr müsst da hin. Aber wir wollten euch noch was zeigen, weil, period, habe ich meine Apple Watch mit eingepackt. Das hat halt vibriert, versteht ihr nicht? Wir brauchten die halt für unser Memory-Jar. Und sie meinte schon so, wenn auf einmal Coldplay in vier Jahren auf die nächste Tour geht, dann ficktest du an zu blinken. Das weird stuff will ich nicht. Spaß will ich. Okay, das war's mit dem Vlog. Ciao! Ciao!